Hallo liebe motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans! Rennfreies Wochenende in der Königsklasse, aber MotoGP und DTM fahren, alle Infos dazu gibt's auf motorsportmagazin.com wie gewohnt. Aber hier auf diesem Kanal gibt's natürlich die übliche Dosis Formel 1 für euch. Wir wollen euch wieder auf den aktuellsten Stand bringen und beginnen bei der Scuderia. Zuletzt großer Aufwärtstrenn für Ferrari beim Heimspiel in Monza, Carlos Sainz auf Pole Position gestanden im Rennen. Immerhin seine erste Podiumsplatzierung der Saison 2023. Ja, im Renntrim immer noch chancenlos gegen den Red Bull, aber es war doch schon mal ein großer Aufwärtstrend. Leider nicht so ganz, denn dass Ferrari im Königlichen Park deutlich konkurrenzfähiger sein würde, davon war auszugehen. Warum? Königlicher Park, schnellste Rennstrecke der Saison, ganz andere aerodynamische Konfiguration als noch eine Woche zuvor in Sandford. Genaues Gegenteil, maximaler Abtrieb gegen minimalen Abtrieb. Der SF23, das ist kein Geheimnis mehr, der funktioniert deutlich besser, wenn man weniger Abtrieb draufpackt. Deswegen hat Fred was ja auch schon den Spaß gebracht, naja, dann fahren wir halt in Singapur mit minimalem Abtrieb, so wie in Monza. Ist natürlich für die Streckencharakteristik nicht ganz optimal, war auch nicht ernst gemeint. Womit hängt das zusammen? Der Großteil des Abtriebs eines modernen Formel 1 Autos wird ja über den Unterboden generiert und der Unterboden, der funktioniert ganz anders, wenn da jetzt ein großer Heckflügel drauf ist, also viel Abtrieb generiert oder ein kleiner. Das Formel 1 Auto, das erklären wir oft genug, kann man nicht isoliert betrachten, nur den Heckflügel, nur den Frontflügel. Nein, es funktioniert als System und da funktioniert der Ferrari als System eben deutlich besser, wenn man weniger Abtrieb fährt. Weil das Ganze bekannt war, dass der Ferrari keinen großen Sprung machen würde, so wie es auf den ersten Blick aussah, hat Ferrari schon damit geplant, 2024 einiges am Fahrzeug zu ändern. Teamchef Fred Vasseur, der hatte das schon ein bisschen angedeutet. Sein Technikchef Enrico Cardile, der hat zuletzt nachgelegt. Er hat gesagt, das 2024er Auto, das wird komplett anders. Man hat nämlich realisiert, dass man an der Architektur die falsche Wahl getroffen hat und das beeinträchtigt die Entwicklung des SF23 sehr. 2024 wird es keine Evolution, sondern ein brandneues Auto geben mit einem neuen Chassis und einem neuen Hinterteil. Und als Enrico Cardile das gesagt hat, habe ich mir im Kopf schon diesen 2024er Ferrari mal zusammengebaut, denn wir können uns ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann aussehen wird, nämlich so wie der Red Bull. Es wird ganz klar in die Richtung des Red Bull gehen, diese Philosophie aerodynamisch. Jetzt sagt ihr, Moment mal, da hat der Ferrari doch schon den Schritt gemacht. Es gab das Update in Barcelona und seitdem sieht er ja so aus wie der Red Bull. Wir müssen nochmal ganz kurz zurückgehen, 2022 und Anfang 2023 hatte Ferrari ein sehr eigenes Konzept mit sehr breiten Seitenkästen. Wunderschön, aber kaum Downwash. Also das heißt, der Seitenkasten hat relativ wenig Luft nach unten geführt. Ganz anders beim Red Bull, der hat eine richtige Rampe in Richtung Unterbodenoberseite und das hat Ferrari mit dem Update auch implementiert. Wenn wir uns das anschauen, diese Schiebebildchen, man sieht ganz klar, das Shell-Zeichen zum Beispiel ist deutlich nach oben gewandert. Da sieht man den Umbau wunderbar und anschließend nach diesem Shell-Logo, da kommt dann die Rampe, die Luft wird nach unten geführt wie am Red Bull, aber eben bei Weitem nicht so aggressiv und das ist genau der Punkt. Man muss nämlich an der unterliegenden Architektur etwas ändern, um die Designphilosophie des Red Bull richtig implementieren zu können. Ferrari hat versucht mit so einem Workaround, hat versucht, diese aerodynamischen Formen über die eigene Architektur drüber zu stülpen, hat aber nur so semi-gut funktioniert, weil man eben eingeschränkt war und Enrico Cadillet hat angekündigt, ein neues Chassis. Und wenn wir über ein neues Chassis sprechen, dann müssen wir uns natürlich die Side Impact Structures anschauen, also die Seitenaufprallstrukturen. Jedes Fahrzeug muss per Reglement auf beiden Seiten zwei Side Impact Structures haben. Das sind solche Carbonröhren, da gibt es eine untere und eine obere. Bei der Positionierung lässt das Reglement einen gewissen Spielraum. Diese Röhrchen an sich, die sind einheitlich gestaltet, also da gibt es keine Unterschiede, aber eben bei der Positionierung. Wir haben schon oft drüber gesprochen und wenn wir uns den Ferrari anschauen, sehen wir ganz klar, wo die untere Side Impact Structure angebracht ist, denn es gibt eine regelrechte Beule im Seitenkasten. Da sieht man, okay, da ist die Side Impact Structure verkleidet dadurch. Schauen wir uns jetzt alle anderen Autos an. Den Haas mal ausgenommen, der ist ja ein halber Ferrari, dann ist diese Beule am Seitenkasten nicht zu sehen. Die Beule ist deutlich weiter unten an der Oberseite der Venturi-Kanelle. Also die obere Side Impact Structure ist bei den anderen Teams deutlich weiter unten angebracht und jetzt sagt ihr, naja, dann geht man sie halt ein bisschen weiter unten an. Bei Ferrari ist nicht so einfach, denn da muss natürlich das Chassis, also das Monocoque, darauf ausgelegt sein, wo die Kräfte eingeleitet werden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Ferrari 2024 die Side Impact Structure deutlich weiter unten positionieren wird. Aber schauen wir uns auch mal das Hinterteil des Ferrari an. Das hat Enrico Cardi ja auch schon angekündigt und wenn wir über das Hinterteil sprechen, sprechen wir natürlich in erster Linie über das Getriebe und das Getriebegehäuse. Das Getriebegehäuse ist ja dafür verantwortlich, wo die Anlenkpunkte der Querlenker sind. Aber nicht nur der Querlenker, sondern natürlich auch Feder-Dämpfer-Einheit, wo die untergebracht ist. Entweder an Oberseite oder an der Unterseite. Unterseite bedeutet Pull-Rots, Oberseite bedeutet Push-Rots. In der jüngeren Vergangenheit der Formel 1 hat man quasi ausschließlich Pull-Rots gesehen. Jetzt in der neuen Ära seit 2022 sieht man auch wieder Push-Rots, unter anderem bei Red Bull. Andere Teams, die dieses aerodynamische Konzept von Red Bull übernommen haben, hat man gesehen, dass die auch größtenteils an der Hinterachse dann sofern möglich auf Pull-Rots gewechselt haben. Jetzt sage ich, sofern möglich. Denn Hinterachse, Getriebegehäuse, das baut ja nicht jedes Team selbst. Wenn man jetzt zum Beispiel Ferrari-Kunde ist, kann man das Ganze von Ferrari kaufen. Das macht zum Beispiel Haas. Alpha Sauber baut ein komplett eigenes Getriebegehäuse und da hat man es dann genauso gemacht wie am Red Bull. Bei Mercedes genau das Gleiche. Jetzt ist es auffällig, dass ausgerechnet Ferrari und Mercedes die einzigen sind, die noch ein eigenes Getriebegehäuse bauen und auf Pull-Rots setzen. Alle anderen, die können, setzen eben auf Push-Rots. Jetzt sind aber Ferrari und Mercedes auch die einzigen Teams gewesen, die sich sehr, sehr lange gegen die Red Bull-Philosophie bei den Seitenkästen gewährt haben. Höchstwahrscheinlich sehen wir dann eben auch am Ferrari Push-Rots, wenn nicht an dieser Seite Änderung, dann zumindest bei den Querlenkern, dass die komplett anders angeordnet werden. Denn das sehen wir bei der Red Bull-Hinterachse ebenfalls. Und wenn wir dann schon über viele Änderungen gesprochen haben, an der Vorderachse, könnte es tatsächlich dann auch noch größere Änderungen geben. Da gab es 2023 schon kleinere Änderungen. Da hat man zum Beispiel die Lenkkiebel von oben nach unten gepackt. Aus aerodynamischen Gründen hat sich das auch bei der Konkurrenz abgeschaut. Aber man setzt weiterhin an der Vorderachse auf Push-Rots. Da setzt zum Beispiel Red Bull oder auch McLaren seit letzter Saison auf Pull-Rots. Da könnte es auch Änderungen geben. Aber ich glaube, die größere Baustelle ist zumindest aufhängungstechnisch erst einmal an der Hinterachse. Ja, Fred Vasseur hat schon gescherzt. Dann fährt man eben in Singapur auch mit dem Lowdown-Force-Paket, wenn der SF23 da besser funktioniert. Aber es war eben nur ein Scherz, denn das Paket muss natürlich zur Strecke passen. Vielleicht passt es aber in diesem Jahr ein bisschen besser auf Singapur, denn die Strecke wird umgebaut. 2008 ist man erstmals in Singapur gefahren. Damals großes Spektakel. Erstes Nachtrennen der Formel-1-Geschichte. Inzwischen hat man sehr, sehr viele Nachtrennen. Die Nacht an sich ist nichts Besonderes mehr. Trotzdem Singapur immer noch eins der Saison-Highlights. 2013 gab es schon eine kleinere Umbaumaßnahme. Da wurde diese Schikane Singapur-Sling genannt. Weggenommen. 2023, zehn Jahre später, gibt es jetzt die erste größere Maßnahme. Denn vier Kurven müssen dran glauben. Die Kurven 16, 17, 18 und 19, die gibt es nicht mehr. Natürlich rutschen dann die anderen Kurvennamen auf. Also die Zahl gibt es weiterhin, aber die eigentlichen Kurven gibt es nicht mehr. Das ist die Stelle, an der man da einmal in Richtung Wasser abbiegt und dann unter der Tribüne durchfährt. Diese zwei Sektionen gibt es jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt eine lange Gerade. Zusätzlicher Bremspunkt. Deswegen wird die Strecke deutlich schneller. Ungefähr eine Minute 27 wird erwartet, dass die Formel-1-Boliden brauchen. In der Vergangenheit lag die Polezeit bei eine Minute 36, wenn es denn auch trocken blieb. Die Strecke wird dadurch kürzer. 5.063 Meter waren es bislang. 4.928 werden es jetzt sein. Also 135 Meter gekürzt. Zwei Rennrunden mehr, also von 61 auf 63 nach oben. Und es wird eben deutlich schneller dadurch. Vielleicht gibt es ja endlich mal einen sinnvollen Überholspot. Warum wird das Ganze geändert? Es gibt Bauarbeiten am entsprechenden alten Streckenabschnitt. Deswegen ist der aktuell nicht befahrbar. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht ist das neue Layout ja sogar ein bisschen besser und die Formel-1 behält es bei für die Zukunft. Jetzt gehen wir, bevor wir wieder nach Singapur zurückkommen, erstmal wo ganz anders hin, nämlich nach Österreich, an den Red Bull Ring und zur DTM. Das vorletzte Rennwochenende der DTM-Saison 2023 findet am Red Bull Ring statt und damit gastieren Boliden von Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche, Audi und BMW am Spielberg. Und das sind alles nicht nur klangvolle Namen, das sind vor allem auch klangvolle Motoren. Unterschiedliche Motorkonzepte sorgen für eine akustische Untermalung, die ihresgleichen sucht. Dazu geht die Saison in die entscheidende Phase. Die Titelentscheidung könnte tatsächlich schon am Ring fallen. Die Stimmung, die wird garantiert gut, auch weil Thomas Breining ein Lokalmatador noch im Titelkampf ist. Mirko Bortolotti zum Beispiel auch, der hat italienische Wurzeln, ist aber eigentlich längst in Österreich zu Hause. Und dann gibt es ja auch noch Lokalmatador und Vizemeister Lukas Auer. Der ist auch am Start, genauso wie dessen Teamkollege David Schumacher. Ihr könnt euch über Super Racing am gesamten Wochenende freuen. Drei Doppelpacks gibt es, zwei Rennen der DTM, zweimal GT Masters und dazu noch zwei verschiedene Porsche Cups. Das Ganze findet vom 22. bis 24. September 2023 am Red Bull Ring statt. Tagestickets gibt es ab 39 Euro im Vorverkauf inklusive Fahrerlagerzugang. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten in den Kategorien 1 und 2 50 Prozent Rabatt. Und das Beste, in der Kategorie 3 haben sie sogar noch freien Eintritt. Tickets gibt es unter www.redbullring.com. Egal ob Formel 1, MotoGP oder DTM am Red Bull Ring, ist das immer ein Spitzenerlebnis. Ich habe es mir letztes Jahr selbst vor Ort angeschaut. Die DTM war der absolute Hammer. Dieses Jahr kollidiert das Ganze leider mit dem Japan Grand Prix. Deswegen muss ich da wohl noch arbeiten. Aber ihr könnt euch in der Früh Japan anschauen und dann am Nachmittag an den Red Bull Ring zur DTM pilgern. Und jetzt gehen wir zurück nach Singapur und 2008, ich habe es vorhin schon erwähnt, erstes Nachtrennen der Formel 1 Geschichte. Ganz, ganz großes Spektakel, aber dieses Rennen, das hat einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Vor allem natürlich für Philippe Massa. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, Crashgate. 2008 hat Nelson Piquet Junior seinen Renault absichtlich in die Wand gesetzt und eben genau an der Stelle, die jetzt weg ist. Warum hat er das gemacht? Um seinem Team, um seinen Teamkollegen zu helfen. Fernando Alonso war unmittelbar vor dem Unfall in der Boxengasse, hat nachgetankt. Dann Unfall, Safety Car. Damals waren die Regeln noch so, dass man in der Safety Car-Phase dann erst einmal nicht stoppen durfte. Dann wurde die Boxengasse nämlich gesperrt und damit hatte man einen riesengroßen Vorteil. Fernando Alonso ganz weit hinten gestartet, ist dadurch nach vorne gekommen, hat das Rennen am Ende so gewonnen. Philippe Massa, der hat das Rennen bis dahin angeführt. Dann ist er später in die Box gekommen. Großes Chaos. Alle sind dann gleichzeitig zum Stopp gekommen. Bei Ferrari gab es einen Fehler mit der Ampelanlage. Massa ist zu früh losgefahren. Tankschlauch war noch drinnen. Am Ende kein Sieg geworden, sondern nur Position 13 für ihn. Wieso ich das jetzt alles erzähle? Ja, dieses Rennen ging eben wegen Crashgate in die Geschichte ein. Ein Jahr später wurde das Ganze untersucht. Es gab Strafen gegen Piquet. Es gab Strafen gegen Flavio Briatore, gegen Pat Simmons. Aber die Weltmeisterschaft, die blieb so bestehen. Lewis Hamilton wurde Dritter in diesem Rennen und wir erinnern uns, am Ende der Saison war ein Punkt, der den Unterschied ausgemacht hat zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Vize-Weltmeister Philippe Massa. Dieses Rennen, das war offensichtlich manipuliert. Das wissen wir heute alle. Dieses manipulierte Rennen ging aber in die Weltmeisterschaftswertung ein. Und genau das ist der Punkt, der Philippe Massa stört. Ohne dieses Rennen wäre er Weltmeister geworden. Und da gab es jetzt zuletzt eine Dokumentation über Bernie Ecclestone. Der damalige Formel-1-Chef hat auch noch in einem Interview beim F1-Insider nachgelegt und hat gesagt, man wusste das schon 2008, ist das aber nicht genauer angegangen, weil man nicht wollte, dass es da einen großen Skandal geben würde und möglicherweise Änderungen am WM-Klasmo. Und das ist genau der Punkt, der Philippe Massa jetzt stört. Er sagt, die FIA und die Formel-1, die wussten schon Bescheid und haben aber nichts gemacht. Deswegen will er jetzt am grünen Tisch diesen Formel-1-Titel doch noch. Das ist jetzt keine neue Geschichte, aber es geht in die heiße Phase, denn Philippe Massa macht Druck. Er hat die Formel-1 und die FIA dazu aufgefordert, da jetzt mal hinne zu machen, das Ganze genau zu untersuchen. Es geht nicht nur um den WM-Titel, es geht natürlich auch um zahlreiche Millionen, die Philippe Massa da entgangen sein sollen. Die FIA will sich zu dem Vorgang nicht äußern, weil eben Anwälte daran beteiligt sind. Man sagt nur, man prüft das aktuell ganz genau. In Monza ist das ganze Thema wieder aufgekocht. Es gab auch einen Banner auf der Start-Zielgeraden von den Ferrari-Fans. Darauf stand, dass Philippe Massa der wahre Weltmeister 2008 ist. Der Banner wurde dann abgehängt. Ich habe bei der Formel-1 nachgefragt. Angeblich hat man das Ganze nicht auf Drängen der Formel-1 abgehängt, sondern aus freien Stücken. Ich bin mal gespannt, wie es in dieser Saga weitergeht zwischen Philippe Massa, der FIA und der Formel-1. Ganz interessant ist die Konstellation ja schon. Sein damaliger Chef, Stefano Dominicali, der ist ja jetzt Formel-1-Boss. Also das ist alles sehr verworren, die ganze Geschichte. Philippe Massa ja eigentlich auch Ambassador der Formel-1 gewesen, aber da gibt es aktuell größere Verwerfungen und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen da ans Licht bringen werden. Das Licht der Welt hat der neue Formel-2-Bolide entdeckt. In Monza wurde die 2024er-Generation vorgestellt. Beim Motor und Getriebe, da bleibt alles beim Alten, weil man Kosten sparen will. Es bleibt also beim 3,4 Liter V6-Motor von Mechachrome, der 620 PS leistet. Aber beim Chassis, da wurde das Auto grundlegend überholt. In erster Linie natürlich, um die Sicherheitsstandards anzupassen. Der 2024er Formel-2-Bolide wird komplett den Formel-1-Sicherheitsstandards entsprechen. Dafür wurde nicht nur die vordere Crashbox komplett neu gestaltet, sondern natürlich auch das Chassis. Das hält jetzt an allen Seiten mehr aus. Es gibt diese Intrusion-Panels, wie auch in der Formel-1, aus Zylonfasern. Also da gibt es doch größere Änderungen. Der Überrollbügel entspricht natürlich dann auch den 2024er Formel-1-Standards. Aber nicht nur bei der Sicherheit wurde nachgelegt. Auch bei der Aerodynamik sieht das Ganze jetzt einem Formel-1-Auto etwas ähnlicher. Form follows Function. Man will natürlich auch in der Formel-2 das Überholen wieder ein bisschen besser ermöglichen. Deswegen hat man sich da Anleihen genommen an der Formel-1. Sieht ein bisschen komisch aus beim Heckflügel, aber was soll es, wenn es dem Racing gut tut und man will das Ganze auch ein bisschen an die Formel-1 optisch angleichen. Gleichzeitig gibt es Anpassungen für die Fahrer, denn man will dafür sorgen, dass Körpergröße zum Beispiel kein Handicap mehr ist. Deswegen ist dieses Auto ausgelegt für Fahrer zwischen 1,50 Meter und 1,98 Meter Körpergröße. Die Sicherheit soll für Fahrer in diesem Größenrange für alle gewährleistet sein. Und ein ganz großes Thema zuletzt war natürlich auch, wir sehen kaum Frauen in der Formel-2. Warum? Unter anderem, weil die Lenkkräfte sehr, sehr hoch sind. Es gibt ja keine Servolenkung, ganz im Gegensatz zur Formel-1. Und man hat gesagt, das hindert Frauen daran, an einem Formel-2-Rennen teilzunehmen. Sie haben dadurch einen Nachteil. Die Servolenkung kommt jetzt nicht in die Formel-2, aber man hat sich die Lenkgeometrien angeschaut und das Auto so angepasst, dass die Lenkkräfte etwas kleiner werden. Das Auto wird übrigens weiterhin von Dallara produziert und ist natürlich ein Einheitspolide. So viel mal als Update zur Königsklasse des Motorsports und zum Unterhaus. Ich freue mich jetzt schon auf den großen Preis von Singapur in diesem Jahr dann hoffentlich ohne Skandal und vielleicht ein bisschen mehr Action, weil die Strecke doch etwas mehr hergibt als in den vergangenen Jahren.